Heute haben wir einen Abend? Ja, ja, ich werde den End für den Loppen der Taras anglaufen. So, 7 points in the Rally. Ähm, play for another round of the Danish Rally Championship. But you prefer to start here. Also es gibt heute einen lokalischen Meisterschaft auf der Insel Gütland bei der Nordsee-Küfte. So, 7 points in the Nordsee-Küfte. Uh, after the second round, we took a decision to drive more Rallys in Europe. And that's also we were in part of the Middle Rally earlier this year. So, and then, okay, we took the calendar for this Nordsee-Rally. And, yeah, and then we took the decision to come here also. It's quite close to our home, so. Also, er hat nach dem zweiten Lauf, der beim ersten ist, hat er viele Punkte verloren, hat er sich entschieden, nicht zu denischen Rally-Meisterschaft weiterzufahren, sondern ein internationales Pronomen zu machen und ein bisschen mal schöner Rallys draufzusuchen. Er war zunächst in Lauric in Norwegen und er war schon bei der Mittelrhein-Rally in Deutschland in den Leinwerken. Und, ja, Jörgsi Rally ist nicht weit weg von Denemark und deswegen hat er sich entschlossen, hier zu fahren. Und das war sie, Jörgsi Rally und bei der zweiten Plattform, und zusätzlich auf den Kleidwagen für die Container. Und das war sie für den ersten Koppel-Sage auf dem Lauf wiederum.